Die Dschungelkrone bleibt für Thorsten Legat ein unerfüllter Traum. In der 13. Folge musste er das All-Stars-Dschungelcamp nach einer verlorenen Prüfung verlassen. Doch vorher gab es bereits Spannungen zwischen ihm und Luigi Birofio. Thorsten bezeichnet den Italiener als komischen Eigenbrötler und kritisiert seine Aussagen als unverständlich. Er betont, dass Gigi nur dank der Gnade anderer Teilnehmer im Camp geblieben sei. Trotz seiner harten Worte ist Thorsten nicht böse auf Gigi. Er rät dem 25-Jährigen jedoch, sein Verhalten in zukünftigen Shows zu überdenken. Gigi sollte eine neue Taktik in Betracht ziehen und nicht ständig den Kuhlen markieren. Denn irgendwann, so Thorsten, könnte ihm das Publikum überdrüssig werden. Früher hatte Gigi Thorsten vorgeworfen, sich nicht freiwillig für eine Prüfung gemeldet zu haben. Er fand es schwach, dass Thorsten ein Mädchen zuerst gehen ließ. Obwohl Gigi sich selbst nicht für den Besten hält, betonte er die Notwendigkeit männlicher Entschlossenheit in solchen Momenten. Später wurde seine Kritik an Thorsten noch schärfer, was die Spannungen zwischen den beiden verstärkte. Ob sich Gigi Thorstens Rat zu Herzen nimmt, bleibt abzuwarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017